Hallo Leute, heute öffnen wir mal die turmhohe Pludger GX-Kollektion mit der schönen Carvador und Wailord Tag Team Karte, die erste Tag Team Karte, die es in Deutschland so gibt. Demnächst kommt ja dann der SM9 Release am 1.2. Da sehen wir dann wieder mehr davon. Also beginnen wir einfach. Ich reiss die Dinger jetzt mal kurz auf, wenn es aufgeht. Dann öffnen wir mal rein, wenn es gemischt. Die ganze Soße. Weg mit dem Öl. So, achten wir, oder? Jetzt haben sie das so schön gemacht, paar Mal, dass es jetzt da hinten so ein Ding reingemacht haben, um die Karten leicht rauszuholen und jetzt machen sie sie wieder normal rein. Aber ich denke, ich habe sie gut rausbekommen. Ja. Also hier einmal das Wailord GX mit Carvador und Wailord GX als Tag Team Karte. Das lief ich gleich mal ein. Nächstes Mal da oben hin. Oder hier mittig. Sonst spiegelt sie grad nicht ganz so. Dann haben wir hier die Booster. Zweimal Echo des Donners, Ultra Prisma und Stunde der Wächter. Einen Code. Den gibt es noch auf dem Discord. Oder die Tage. Und dann natürlich noch die Jumbo Card. Auch ganz nett. Ich meine, die ist schon ein bisschen madder als sonst. Aber ja, ich mache was Neues. Legen wir auch mal da hin. Und dann tragen wir die Zwei Box noch auf. Der turnhohe Platscher. Die Bullard sieht da recht nice aus. Da hüpft das Wailord oben auf diesen, wie nennt man das? Geysir? Oder wie nennt man das, wenn es oben aus so einer Ware raussprudelt? Da hüpft das Carvador da drauf rum. So, die zweite haben wir auch gut rausbekommen. Sie gehen leichter raus als früher. Aber es war eben perfekt, als sie noch da drin waren. Mit diesem hinteren Teil, wo man rausmachen konnte. Jetzt in der Double Rainbow Kollektion zum Beispiel war das besser. Also hier wieder die gleichen Booster. Und den Code gibt es auch. Da kommen wir die Booster zur Seite. Noch einmal diese schöne große Boxkarte. Ich glaube die legen wir uns einfach mal so hin. Und die Zwecklein so daneben. Ich sortiere noch schnell die Booster. Ich denke wir machen von der Stunde der Wächter auf. Ultra Prisma dann. Und zum Schluss Echo des Donners. Schön nach Reihenfolge wie sie rauskam. Bleibt schon liegen. Booster mal hier seitlich hin. Und beginnen wir einfach mal mit der ganzen Hose. Darauf warten wir ja alle. Ups, ach den Code den hau ich raus an euch. Viel Spaß damit. Eins, zwei, drei, vier. Schönen Kartentrick machen. So, dann haben wir eine Feenenergie. Ein Kostoso. Ein Schutzzone Ätherparadies. Ein Alola Giroc. Ein Kanivana. Dartiri. Lichter. Molimorba. Pam Pam. Spezial haben wir einen Reverse. Und ein Choreogl Elektro. Ja, leider kein Pull. Das kannst du erstmal hier kurz schön hinlegen. So. So, dann kommen wir zum zweiten Pack. Auch noch ein Code für euch. Na, da gibt's keine mehr. Also, eine Unlichtonomie. Ein Gastella. Ein Dartinis. Ein Zobiris. Ein Kanivana. Ein Nagelotz. Ein Molimorba. Ein Formio. Ein Tentara. Ein Elfan & Reverse. Und noch ein Choreogl. Diesmal das Feuer Choreogl. Dann kommen wir zu Ultrabrysma. Vielleicht kommen wir ja noch einmal ein paar Pullis. Das Set ist auf alle Fälle schön. Code weg. Vier Karten nach vorne. So. Eine... Und nicht Energie mal wieder. Ein Luxio. Ein Schilderus. Ein unbekanntes Fossil. Ein Evoli. Ein Magma. Ein Bubungus. Ein Windfahrer. Ein Molung. Ein Cosmo Room in Reverse. Und... Ein Artman in the Cosmo GX. Das ist... Nice. Das ist schon der erste Pull. Ich klatsche damit mal das linke Waylaut voll. Die Cores sind alle eingelöst bevor ihr das Video seht. Ansonsten schwirze ich sie doch noch. Habe ich glaub das ist mehr Stress. Scuntank. Ein Silvana. Schnurrgarst. Magunior. Magma. Aluladicta. Sneebel. Magnetilo. Magnetilo in Reverse. Und ein Capufala. So und dann zum Schluss noch die vier Echo des Donutsbooster. Fangen wir mal mit dem Lugia Artwork an. So eine Wasserenergie. Elektro-Kraft. Botogl. Lobblatt. Rokara. Endivie. Sichlo. Meryl. Onyx. Ein Raikouin Reverse. Und ein Aluladicta. Oh, heute lassen wir die Pulse auf sich warten in diesem Opening. Aber vielleicht bekommen wir ja noch mehr. Aber den Code weg. Dann wieder ein Kattentrick. Vier nach vorne. Eine Psychoenergie. Ein Netzball. Ein Kecleon. Eine Urlauberin. Ein Vatribi. Ein Gasteller. Lavitar. Ein Fleckmon. Petsneef. Ein Iglava. Und ein Bundlebee. Wir brauchen mehr Pulse. Noch zwei Booster. Jetzt nochmal ein Lugia. Noch eine Wasserenergie. Einen Kahili. Ein Mogelbaum. Ein Walhelm. Ein Phanpi. Ein Encada. Ein Meryl. Ein Wampel. Ein Lichtl. Ein Hundustern Reverse. Und ein Symbolara GX in Full Art. Nice. Die fehlt mir sogar noch in meiner Sammlung. Und jetzt Last Pack Magic. Was kommt jetzt noch aus dem schönen Seraora Booster raus? Schon wieder eine Wasserenergie. Ein Girafarig. Ein Rokara. Ein Lamelux. Ein Hopspross. Ein Evoli. Noch ein Hopspross. Ein Pepec. Ein Fermi Cooler. Ein Ditto Prisma. Auch eine schöne Karte. Und ein NTI. Somit haben wir jetzt ein paar schöne Pulse aus diesen zwei Boxen raus. Einmal hier. Das machen wir so. Einmal das Ditto Prisma. Das Abendmähne Necrozma GX. Und die Full Art Simular GX Karte. Nice Impulse. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Video.